Schlägereien, Randal, Zwischenrufe, umfliegendes Popcorn, vermüllte Kinosäle und Polizeisätze. In vielen deutschen Kinos ist im Moment für die Mitarbeiter die Hölle los. Grund ist ein neuer TikTok-Trend, wo das Ziel ist, den Abbruch einer Vorstellung des Films Creed III zu erzwingen. In den meisten Vorstellungen erreichen die Jugendlichen auch ihr Ziel. Über die unsinnigen Aktionen herrscht in den Kommentaren grösstenteils Unverständnis. In Schweizer Kinos ist bis jetzt zu keiner Eskalation gekommen, sind aber auch schon Fälle im naheliegenden Baden-Württemberg vermeldet worden.